Musik 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 Ich sehe aber halt wirklich gerade keinen Knopf oder so. Ich kann ihn halt hauen. Das bringt mir nur nicht so viel. Ich muss aber nicht immer noch die Artefakte tragen, oder? Dass ich ihn da rauskriege. Ich kann ihn nicht so. Die Artefakte sind auf jeden Fall nicht das Rätsel zu lösen. Das ist genau das, was mir nichts bringt und ich habe keinen Zauber, um das da ranziehen zu können. Z-Portal, Return-Portal, Siphon-Item, Guardian-Stuff-Silence, nö. Core-Monster, Recharge-Item, Isolation-Field. Nope. Prismic-Prison, Detect-Secrets, Prismic-Assault, nö. Und bei dir genauso wenig. Dark Vortex, Resurrect, Banish, Lifesteal, Arcane Blast, Transmuted Soul. Remove Curse, Smite Undead, Dark Missile, Cleansing Light. Es gibt keine Möglichkeit, in diesen Sack zu kommen. Und ihn in irgendein Kraftfeld zu packen, wird wahrscheinlich auch nicht viel bringen. Das Problem ist halt wirklich, er steht da auf der Plattform. Phosphate, Electro-Kinetic Parts, wird auch nichts bringen. Nö. Ich könnte die banischen. Du bist doch untot. Dann denke ich mich einfach hier mal schlafen. Das bringt auch nicht viel. Oh! Oh! Undying Hard. Was macht das Undying Hard? Okay. Wenn ich richtig gelesen habe, kann ich es auch verändern. Mal gucken. Macht mich das umsterblich? Ne, guck hier mir. Aha. Das hat mich jetzt gerade voll geheilt und alles und ich habe, jeder hat fünf mehr Lebenspunkte gekriegt. Gut. Interessant, aber nicht ganz so nützlich. Reforging Flames. Reforging Flames, der war hier. Da dieser Invoked of Rising Phoenix Haze has been activated, Berserk Rising Phoenix, äh, au. Ich behalte das Herz mal. Reforging Flames is made to the armor run by Wraithlords. Okay. Light armor. Undying in the assassin equipment, chance of shooting death based on dodge kill whenever, whenever is killed when's Vatilium Ripper permanently over time. Ah, das ist der Curse, also. Habe ich nicht das Rezept für den Anti-Curse irgendwo? Elixir of Life. The Panachea Potion. Reforging Flames. Ehm. 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 The main set is worse. Nö. Ach, wahrscheinlich muss ich erst die Rüstungsansatz anlegen. Dafür muss ich erst wissen, wie ich sie verändern kann. Habe ich mir das vielleicht irgendwo aufgeschrieben? Männer ist es ziemlich weit unten gewesen. Das brauche ich nicht mehr. Das ist alles erledigt. Poison Bomb, Shift. Port, Port, Port. Das waren die Dream Fields. Everlands sind auch erledigt. Das ist auch erledigt. Das hier könnte es sein. Gaia Bear, Grim Cap. Ne. Hier, Gaia Bear. Grim Cap. Dup, dup, dup. Dewdrop Root und Cave Nettle. Dewdrop Root. Cave Nettle. Yo, Divine Tincture. So. Das ist nämlich eine ziemlich gute Rüstung eigentlich. So. Das hat schon mal nicht geklappt. Versuchen wir es nochmal. Based on Dodge Skill. Oh. Ah. Gucken wir uns nochmal die Tome an. Reading this Tome will bring some death upon the reader. There does seem to be a number of references made to the armor run by Wraith Lords. Ja. Das haben wir ja jetzt. Du hast eh die gute Battlemage Plate. An. Death Render. What the hell. What the hell. What the energy field key. Erstmal habe ich einen halben Herzinfarkt bekommen. Dup, dup, dämm. Wir haben noch ein. Ne. Die Axt, die ist es nicht wert. Die bleibt einfach mal da. Ich will die nicht nochmal in die Hand nehmen. Ne. Nein. Ich will einfach nur hier raus. Und will jetzt wieder zurück in. Sehen wir reich hier. Und hier drüben rum. So. Hier habe ich nichts. Ich habe nur hier wieder. Eine Tür. Wie gerade eben auch wieder. Wo kommt das ganze Viehzeug her? Hier haben wir noch. Das war's für heute.